einen wunderschönen guten tag zu dacca dacca tv mit dem nächsten podcast die a40 connection ist da mahlzeit imotech ja moin renee schönen tag ganz aufgeregt ja ich auch ja er ist da und ich bin heiß wie fritten fett ich auch heiß wie grott fett genau wie wie ein ausgelassener grott also in der pfanne ausgelassen macht man das mit denen ja so richtig bevor man dann das quick out fleisch rein schmeißt dann schmeißt man erst mal so ein röstet man vorher mal so ein grott an ja nee der orkodex ist da und das ist ja für mich imotech nach den space marines in einer edition immer so ein bisschen so der hauptpfeiler ja das muss man so sagen was für mich die necrons sind sind für dich die orks quasi so richtig genau und ich habe bis jetzt einmal so einmal so längs weißt du bin einmal längs mit der nase durch ja ich muss sagen ich finde das finde ich schön und bis bisschen angenehmer so als bei tau das würde ich so auf den ersten blick erst mal so bestätigen wobei aber tau haben wir auch erst mal so gedacht dass die detachments relativ gut sind und dann war die enttäuschung umso größer ich hoffe dass das nicht bei den orks passiert richtig ne ich finde wir haben ich weiß gar nicht wie viel waren das fünf oder sechs detachments ich glaube sechs ne sechs stück an der zahl und eins besser oder fluffiger sage ich jetzt mal als der nächste also ist die lesen die lesen sich einfach für orks schön und das gefällt mir da geht das grüne ork herz auf und ich habe bock jedes einzelne zu spielen ich werde jedes einzelne im battle report machen habe ich mir vorgenommen ja geil ich finde das ja aber in den nächsten wochen so ja also ich finde es irgendwie sehr nice so bei den spacemen es war ja so ein bisschen traurig dass die dass jetzt die legionen so nicht mehr da sind die die chapter sondern eben welche komischen detachments haben wir jetzt bei den orks auch es gibt keine golfs mehr keine evil suns oder sowas aber die sechs detachments sind einfach so eigentlich so bilden ab die sechs spielweisen die man mit orks zu spielen kann und das finde ich cool brauchen auch die haben so viele spielweisen das ist mit den sechs detachments sehr gut abgedeckt ja und ja weil ork armeen so unglaublich bunt sind oder bunt sein können aus weil die auch aus einem sehr großen fundus fischen können finde ich das finde ich das sehr total super und ich habe schon so ein paar sachen im kopf da habe ich habe ich jetzt auch einfach bock drauf ja fangen wir vorne an beim warg ja der warg der warg ist eine arme regel die eine runde gilt eine battle round ja das ist so ja hat sich jetzt nicht verändert man kann jemand anfangen der der schlachtrunde ausrufen das ist wichtig meines erachtens das heißt wenn der gegner anfängt oder in vorleistung geht sozusagen kannst du dir auch damit schon fünfer rettungswurf anmachen das gilt nämlich immer noch und es gilt dann halt eine runde und danach hast du keine armeeregel mehr ne das ist so findest du das so einen großen vorteil zum beginn der schlachtrunde ich hätte es schöner gefunden wenn man es sich aussuchen kann eigentlich entweder oder entweder zu beginn der schlachtrunde oder dann halt gegebenenfalls auch in der einen command phase so ach ja okay dann halt immer von command von command phase zu command phase geht irgendwo ne ja gut dann hättest du aber wenn du nicht anfängst auch keine chance auf deine rettungswürfe ne richtig ja das ist nämlich halt das thema es ist halt so man muss damit umgehen ne ja der warg gibt einem plus ein auf stärke plus ein attacke und man kann vorrücken angreifen bei den orks das ist sehr wichtig weil man hat ja auch doch viel infanterie und so die ist jetzt nicht besonders schnell da ist ein wahnsinn schad schon absolut notwendig ne und dann war rettungswurf ja genau ist einfach nur eine gute kompo an regeln ich sag mal so meistens in runde zwei hätte ich gesagt eine runde fährt man so nach vorne läuft so irgendwo stellt sich positioniert sich und dann in runde zwei mit allem advanced und und schad und und stärke mehr und und fünfer retter und so das ist schon gut ne genau dann die zweite runde dann kommt der richtige die die grüne horde so richtig ins laufen ne ja ja imothek wir fangen mit dem ersten detachment an das hat sich gleich schon mal unbenannt es ist nicht mehr der warg tribe der warg stamm es ist jetzt die war horde die kriegshorde ne ja und die detachment wohl die ist tatsächlich immer noch dieselbe man bekommt im model also im nahkampf bekommt man sustained hits one ja das ist der frühe namen für ja goff ne goff ist das richtig und wenn ich das so revue passieren lasse habe ich auch für den kodex schon damals so vorausgesagt dass das höchstwahrscheinlich wieder so auch so ein standard detachment sein wird was halt die den den charakter der orks am meisten bufft und dann damit auch am besten ist das wollen wir jetzt mal einfach im kopf behalten und uns das noch mal die detachment alle mal angucken also was ich jetzt gesehen habe sind die enhancements eigentlich recht geblieben ich habe jetzt den index nicht zur hand sind es die leute gibt immer noch plus zwei auf die bewegung das ist wenn wenn er wenn der träger eine einheit einführt das ist natürlich ja klar orks müssen sich bewegen haben wir gerade schon gesagt die wollen den nahkampf ist ein super enhance total wichtig auch gerade für ein warg genau headwarpers kill shopper emotec midi weapons haben devastating wounds okay immer gut warum nicht ne ja genau cunning but brutal auch wieder alter orks ich liebe das einfach schon so für diese diese ganzen namen ne ja auf jeden fall einfach geil while the spear is leading a unit this unit is eligible to shoot and declare a charge in the turn which it fell back also fall back and charge ne klar und dann noch den den cyborg body 4 plus feel no pain für ein charaktermodell ist das schon sehr nice ne richtig da kann es sein warte mal ich gucke mal in den index hat er sich verändert ich glaube nicht der super cyborg body nein der hat sich nicht verändern gut kommen wir zu den stratagems da hat sich tatsächlich ein bisschen was getan bei zumindest einem wichtigen ich sehe aber der das erste emotec booms ne kareen heißt das auf englisch man kann immer noch ein ork fahrzeug nach dem explodieren 6 zoll fahren ja geil ja das beste strategy überhaupt ja finden sie ja gut wir müssen jetzt einrechnen es gibt halt auch bei den orks fahrzeuge die wirklich auch mit w6 explodieren und da kann das schon mal gut sein wenn man noch ein cp übrig hat ja das stimmt ich finde den nächsten aber besser kostet auch zwei cp orks is never beaten einfach fight on death ist das ne also richtig du wirst umgenagelt in der fight phase und haus einfach zurück und das finde ich hier sehr schön das machen die einfach genau die machen die machen es einfach die müssen nicht drüber diskutieren und auf irgendeinen würfelwurf werfen die hauen einfach zurück dafür ist es zwei cp wahrscheinlich ne ja aber finde ich gut also dieses ewige auf 4 plus würfeln da das nervt mich und ich glaube es ist tatsächlich eines der wenigen strategems im kodex der zwei cp kostet guck mal ja unbridable carnage man bekommt sustained hits 1 im nahkampf schon auf 5 plus gut ja super ja dann geht es los im attack ähm ja harte snails kennen wir auch minus 1 auf den verwundungswurf wenn man beschossen wird oder angegriffen wird das ist natürlich ganz großes aber ein sehr 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 großes aber nicht mehr für monster nicht mehr für den squigosaurus ja da ich den nicht besitze ist mir das sowas von egal für mich war das wichtig für meine mob einheit zum beispiel ja am stärksten war es natürlich eigentlich immer auf den squigosaurus und die sehr viel widerstand haben den sie auch die squigosaurus haben sie ein bisschen beschnitten aber da kommen wir später dazu äh beschnitten aber nur auf den ersten blick gut waren die squigosaurier nicht vor 65 millionen jahren eigentlich ausgestorben die waren eigentlich weg da hast du recht ja ne nur so am Rand feilkreidezeit waren sie weg ja mob rule end of your command phase one mob unit from your army that contains ten or more models and is not below half strange select one friendly battleshocked orcs unit ähm genau und dann ist sie nicht battleshocked okay wenn die äh wenn eine gebettelshockte einheit neben einer nicht gebettelshockten großen mob einheit steht dann ist sie auch nicht mehr gebettelshockt naja ja gut ja das nächste ist aber das wichtigste here we go bestes stratagem finde ich in diesem detachment plus zwei auf advance und charge zusammen in kombination mit dem enhancement follow me let's so hat man es ja gespielt das heißt im wag muss man sich das so überlegen man steht also mit einer einheit mit einer mob einheit mit dem wo man schon mit dem truck oder mit dem panzer nach vorne gefahren ist dann steigt man in runde zwei aus ruft laut walk bewegt sich erstmal mit denen zwei zoll mehr also irgendwie so acht zoll dann rennt man kriegt da auch nochmal zwei zoll mehr das ist dann im schnitt so im schnitt rennt man da so 3,5 bis also 3 bis 4 sagen wir dann ist man bei sieben schon aber schon bewegungs von 15 und dann chargt man noch das ist nochmal im schnitt eine sieben das heißt also 15 plus 7 22 und dann nochmal zwei drauf ist man bei einem 24 zoll charge so von der mitte aus ungefähr das heißt was du da anchargen willst das kriegst du außer es läuft richtig freudig es geht leider nicht wenn du aussteigst im otec die drei zoll die kannst du nicht kriegen denn es ist nämlich start of your movement phase musst du das ansagen das schwörte jim da sitzt du leider noch in der karre ja aber du fährst mit deinem truck irgendwo hin in runde eins jetzt ne und wirfst wirfst deine boys raus irgendwo hinter so einer mauer dann kannst du es machen genau ja gut das muss man natürlich schon machen da hast du recht aber die stellst dann halt irgendwo in der mitte hinter eine mauer so nicht gesehen werden und dann laufen die ja einfach übers durchs spielfeld ne also wir halten mal fest das ist jetzt das detachment was wir bis jetzt hatten es hat sich eigentlich nichts geändert wenn du ehrlich bist ne ja die squigosaurier haben sich halt selber ein bisschen anders aufgestellt was ich persönlich eigentlich mindestens genauso geil finde ähm wir können immer noch orcs nach so wie nach dem index spielen und das war ja nicht schlecht wir haben super stratagems wir haben super enhancements und eine gute detachment regel ich finde da jetzt kein fehler sozusagen ne ich auch nicht gefällt mir gut ne gehen wir mal zum nächsten detachment und irgendwie das wusste ja jeder dass es kommt gib zu im attack du wusstest auch dass es kommt also das quick hawk detachment beziehungsweise das das bekannt ja wie heißen sie jetzt fischfänger detachment die große jagd ja ich freue mich drauf ich habe kann fast 2000 punkte rein rein viechfänger spielen oder kann das spielen für mich ist das wiederum gut weil deswegen sage ich habe ich eingangs gesagt also ich kann jede armee spielen ja da hand ist on also die jagd läuft ne sozusagen ich habe so ein bisschen aus of moment vibes bekommen du suchst dir halt ein monster vehikel oder den gegnerischen warlord aus wenn du jetzt nichts davon auf dem feld hast als gegner aber schon als tot gehauen hast darfst du dir einen gegnerischen charakter aussuchen ne und das machst du at the start of your command phase das heißt jede runde das so wie aus of moment ja genau und das bedeutet each time a beast snagger unit from your army declares a charge that includes your prey also man sucht sich halt quasi das gejagte ziel aus kannst du den charge roll auf diese einheit wiederholen das finde ich erstmal gar nicht schlecht ja ne und each time a beast snagger model from your army that makes an attack against the prey improve your armor penetration characteristic of one das finde ich auch schon wieder gut ja ne also bei den orcs haben wir viel ds1 das ist einfach so ja warum haben wir bei den orcs viel ds1 weil ds2 bei der kadenz von nahkampf attacken glaube ich echt hart wäre ne es ist natürlich gut gerade gegen armor of contempt einheiten ne da brauchst du dann halt den ds den zusätzlichen ds ne ja genau und man muss natürlich eines jetzt sagen beast snaggers die machen ja gerade gegen monster und vehicle units haben die ja viel anti waffen ne die die lanzen von den squeakhocks und so die normalen beast snagger boys dürfen da jetzt haben das nicht aber die dürfen immer in trefferwürfe wiederholen gegen gegen monster and vehicle ähm da kriegst du schon ordentlich was durch also gegen ne beast snagger armee sozusagen im otec in dem detachment ne da müssen sich so glaube ich gegnerische monster und fahrzeuge ganz schön warm anziehen und dann spielst du gegen custodes ne dann spielst du gegen custodes infanterioli aber du sagst es gerade ja das ist es ja was das ist ja das ist ja das was ich sagte dass die war hort das erste detachment irgendwo das beste ist weil es das allgemeingültigste ist und dass die stärken der orks allgemein verbessert ne das kann natürlich sein du kannst auch gegen gegen wie heißen sie hier world eater spielen die spielt fast auch nur infanterie ja ne ähm was mir gerade auffällt weißt du gegen welche armee das auch gut ist hau raus gegen tau die blessudes sind auch alle fahrzeuge ey da möchte ich da ist das da ist das ganz ehrlich da ist das spiel nach einer runde um ja sobald die da sind ist das um ja krass na gut ja haben wir gut enhancements genau glory hock ja äh scout 9 zoll ability für äh den beastboss auf squigosaurier was heißt glory hock hock was heißt hock sau echt ja glorreiche sau echt genau squigosaurier ist ja auf ähm wie heißen die nochmal auf deutsch schweine reiter äh komm ich jetzt nicht drauf auf jeden fall ähm ja die beastboss beastbosse auf squigosaurus dürfen dürfen jetzt schweinereiter squigosaurier anführen dafür sind sie etwas weniger widerstandsfähig man kann art as nails aus dem ersten detachment nicht mehr darauf spielen aber man kann jetzt richtige große rape train einheiten spielen oh man weil das kleine charaktermodell der beastboss aus squigosaurus der auch in der box mitkommt ist jetzt immer in der einheit ja und das ist ähm schon dann das sind das sind richtig große richtig böse einheiten und mit scout neun zoll und dann in der ersten runde vielleicht schon da brauchen die gar nicht advanced in charge ja die kommen so schon an krass das ist schon böse ja deswegen es sind taurunde eins ist schon vorbei ne ja wenn der taurunde nicht anfängt ist schwierig ja dann kann schon ja oder so eine einheit nimmt ihr nimmt ihr auch schon oder tötet einen kleinen neid und bindet den nächsten ab ja gut dann gibt es scrag every trash äh stash ich weiß das weiß ich nicht was scrag every 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 heißt das jeden jeden stash jeden ähm äh heißt das nicht irgendwie stash nicht irgendwie so so vermögen oder sowas ja genau wahrscheinlich äh das passt nämlich denn äh für ein beast snagger modell und damit kannst du marker sticky machen ja immer gut immer gut immer gut ja dann kommt proper killy ähm das ist sehr gut ein beast snagger ähm modell bekommt plus eins auf damage characteristics für seine melee weapon das schmeckt ist sehr wichtig denn die ganzen ähm clown von den äh von den ganzen barkbossen haben alle ja nur noch zwei schaden und dann hätten sie wieder drei das gut ja ähm das letzte ist surely as a squiggoth äh für ein beast boss auf squigosaurus while the beera is leading a unit each time an attack targets that unit if the strange characteristic of that attack is greater than the toughness äh subtract one from the wound wall und da haben wir wieder mhm also imotec ich finde ja für so eine große äh einheit wo der squigosaurus dann drin ist scouts 9 zoll geil ne ja aber das hier ist abartig mhm ne wir reden hier davon der 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 squigosaurus hat toughness 8 die die säuer haben 7 ja ähm da wüsste ich jetzt gar nicht ich denke das geht dann tatsächlich sogar auf den widerstand von äh 7 also alles was stärke 8 oder mehr hat in dieser einheit äh und von dieser Einheit beschießt verwundet dann halt nur auf die 4 ja das finde ich stark das ist richtig gut und es ist immer an ne es ist kein es ist immer an es ist kein Sweatage ja ich finde ich gut okay ich warum ich lache ich äh ich hab mir gerade so ein bisschen den Max vorgestellt wie er dann so wieder sagt ähm macht ja wenn ich mit so einem Mist ankomme äh ja und wenn der seinen Astra Militarum Codex kommt dann machst du äh na gut Strategums drag it down für 1 CP ähm und das betrifft die Fight Phase da hast du äh sustained Hits und ähm wenn du deine Beute attackierst also das was du vorher angesagt hast kriegst du die äh sustained Hits schon auf 5 plus was richtig nice ist also das was du was quasi bei dem ersten Detachment Detachment Rule ist kannst du dir für ein CP anmachen ja aber auf 5 plus Kollege auf 5 plus gegen den gegen die Beute ist natürlich richtig geil ne ja so dann gibt es das Unstoppable Momentum sehr schön Aufpralltreffer ne Aufpralltreffer auf 4 plus jedes Modell in der Einheit sehr gut also ich hab ja gemerkt wie krass gut so diese diese Mortal Wounds Geschichten sind die darf man das sind mit so die besten Strategums auch weißt du so äh Granaten werfen Panzerschock sowas ne das ist immer das Piesack den Gegner so hart und das geht ja auch durch durch egal welche fetten Modelle so durch einfach genau das ist in der Charge Phase das ist auch manchmal noch wichtig ne ja richtig gut und das nächste ist dann wir reden übrigens ganze Zeit immer von 1 CP Strategiums in diesem ganzen Detachment kostet alles 1 CP das nächste ist that wants even bigger okay in der Charge Phase eine Beesnagger Einheit until the end of the phase your unit is eligible to charge in a turn in which it advanced or fell back provided one of the targets of that charge is your prey das heißt wenn du genau du kannst dir quasi advanced and charge anmachen oder fall back and charge wenn du die Beute attackierst ja das ist gut das ist richtig gut Strategium zusammen mit dem ersten drag it down also wenn du es wirklich auf irgendwas abgesehen hast und das willst du rauspicken dann machst du das kaputt einfach genau das ist quasi auch irgendwie das ist so ein bisschen die Geschichte hinter dem Strategium da hinten ist ein großes Ziel das machen wir jetzt komplett kalt gut ja der nächste ist where do I think you're going also wo glaubst du gehst du hin du Luech hätte ich das jetzt mal versetzt wenn der Gegner sich in deine Richtung bewegt und innerhalb von wenn das ist das auch dieses wenn der Gegner ein fallback move macht dann gehst du dem selbst von hinterher ach so genau so das ist auch mega stark im Otec ja also wenn du jetzt klar wenn der Gegner jetzt mehr als 6 Zoll Bewegung hat und quasi schneller ist dann kommst du dem nicht hinterher aber fast jede gegnerische Infanterie die nur 6 Zoll zurückfällt die fällt dann nicht zurück ja aber kann man echt kann man dann sich in Engagement Range reinbewegen das lese ich hier gerade nicht so ja aber was solltest was soll das sonst bringen ne ja also das durchschaue ich nicht so ganz if a unit is not with an Engagement Range one of more unit one of one or more enemy units it can make du kannst dann 6 Zoll dich bewegen ja normal move und den darfst du nicht in Engagement Range beenden das stimmt aber ja dann macht der der Titel ja keinen Sinn ja der Titel ist lustig aber der macht keinen Sinn weil du kannst dann halt normal move irgendwo hin machen kann man mit normal move in einen transporter einsteigen bestimmt oder hinter eine mauer gehen oder so das ist immer gut aber der Titel macht dann keinen Sinn gut ja dann gibt es noch die stalking tactics dann kriegt es ist in der gegnerischen schussphase das ist für eine für die beast necker mounted oder beast necker infanterie du bekommst dann cover gegen die schuss attacke und wenn du wenn du das auf deine infanterie beast necker einheit machst dann kriegst du sogar noch stealth dabei ja schön schön aber ja wenn der gegner auf orcs schießt die ja sowieso kaum rüstung haben weiß ich nicht ob sich das lohnt das anzumachen das kommt bestimmt mal vor aber fällt ein bisschen ab hätte ich jetzt gesagt das stimmt das letzte ist ja auch sehr beliebt instinctive hunters in der gegnerischen fight phase wenn du nicht in engagement range bist darfst du eine beast necker einheit in reserve setzen auch stark ja also auch eigentlich ein gutes detachment im motec ne ja dieses detachment hat nur einen haken es ist eigentlich genauso schlimm wie space marines die sich in irgendwelchen kinder sitzen durch die gegend fliegen es sind einfach orcs auf dinosaurien ansonsten ist das gut ist gut aber wie du schon sagtest ne ja jetzt die der hand ist on oder der big hand mit auf ein turnier und spielst dann einmal gegen custodes dann gegen also du siehst vielleicht zwei fahrzeuge in drei spielen weiß ich nicht ja ob dir das dann so spaß macht weiß ich auch nicht dann sind das immer noch orcs die können immer noch gut kämpfen aber du hast nicht so viele ja gut gegen charaktere aber ist auch nicht so dolle naja gut gegen dämonen und so mit ganz vielen großen dämonen ist das bestimmt auch lustig gut das stimmt eins machen wir noch für eins haben wir glaube ich noch Zeit ja da kommt da der kult of speed die freaks sind wieder der heizer kult ja ich hab ja immer noch 30 orc bikes in in der kiste die brauchst die ganz alten weißt die so richtig hier reden wir von den adrenaline junkies und die ganz einfache sonderregel detachment regel du bekommst advance and shoot oder fallback and shoot für autos für speedfreak einheiten klingt erstmal nach nicht viel macht natürlich aber total sinn du willst schnell mit deinen buggy nach vorne fahren oder deinen bikes wie du gerade angesprochen hast und du möchtest dann halt auch noch schießen dazu muss man immer noch sagen wir haben auch eine Runde dann advance and charge auch durch den wagen also in einer Runde darfst alles das ist natürlich eine krasse Runde dann gut ja Enhancements Was Blaster Was Blaster er geht auf den Deathkiller Wardswike auf diese dreirädrigen Bike HQ Einheiten und nach dem Schießen darfst du nochmal sich 6 Zoll bewegen also du fährst da irgendwie richtig ordentlich weit nach vorne advanced ballerst irgendwo drauf und dann fährst du mit 6 Zoll noch irgendwo hinter kannst natürlich so sneaky machen dass du so gerade noch irgendwie den Gegner siehst dem schießen kannst und dann fährst du aus der Line of Side raus ganz wichtig das macht dann aber auch die Biker Einheit wo der sich auch noch dran angeschlossen hat das machst mit der ganzen Einheit ach geht das jetzt kann man den anschließen jetzt das ging immer das ging auch schon im Index der Deathkiller Wardswike konnte sich etwas anschließen echt auf jeden Fall habe ich nicht gespielt dann gibt es das gute alte Faster than Use Orc Infantry Model Each time the Bearer's Unit disembarks from a transport after that transport has made a normal move the Bearer's Unit is still eligible to declare a charges turn also 10 oder 10 oder 12 Zoll mit dem Truck fahren 3 Zoll aussteigen und du kannst noch angreifen die Sturmrampe vom Landrider ja saustark ja ja auf jeden Fall saustark ne nimmst du eine Einheit Nobs mit E-Krallen die haut dann also die kommt dann an finde ich super stark ja dann haben wir die Squick Height Tires also die Reifen auch wieder für Deathkiller War Trike du kannst dich anstatt 3 Zoll zu konsolidieren 6 Zoll zu konsolidieren ok auch stark ne machst du dann halt auch mit der ganzen Einheit vom War Trike aus die Speed Makes Ride also Geschwindigkeit hat Recht ja geil für ein Orc Modell natürlich in der Command Phase if the Bira is within 9 of 1 or more enemy units war 1 D6 on a 3 plus you gain 1 CP geil weiß ich nicht ob du das brauchst wenn die die Grotze können das immer noch farmen auf den Objective Markers weiß ich nicht ob man das braucht aber ist natürlich nicht verkehrt ne ja gut dann haben wir noch ein paar Strategems ich gucke mal gerade hier drüber auch jedes 1 CP das erste schon ganz cool die speediest freaks so heißt es in der gegnerischen Schuss oder Nahkampf Phase kannst du eine Speed Freaks oder Truck Einheit da mit diesem Strategem belegen und dann enthält jedes Modell in der Einheit ein 5 Retter und wenn das ein Fahrzeug ist jetzt wird es ein bisschen knifflig wo die Toughness 8 oder niedriger ist dann hast du sogar ein 4 Retter und ich denke der Truck hat 8 oder weniger der hat 8 oder weniger aber das ist wahrscheinlich gemeint dass die Buggies die haben alle 7 die haben ja sowieso alle 6 Retter die bekommen dann 4 Retter durch das Strategem also Rotate Iron Shields genau dann kommen wir zum nächsten das ist der Squeak flinging geil your movement phase just after Speed Freak or Truck unit from your army and the normal advance or fallback move select one enemy unit with a nine of your unit that enemy unit must take a Battleshock test and when doing so subtract one from the result würde ich wahrscheinlich nie spielen das dafür hat man kein CP Emotech gibt es zu das stimmt das nächste ist gut der Dakastorn Dakar 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 in deiner shooting phase haben deine waffen sustained hits zwei explodierende sechsen und wenn du innerhalb von neun zoll gefahren bist zu deinem Gegner so sustained hits zwei du darfst das stratagem nicht kombinieren mit einem anderen sehr guten stratagem dem blitzer fire nicht dass man da so eine super synergie da raus zieht aber das ist schon mal gut mit den duckerwummen und so alles was aus den bikes dann rauskommt auf so einer sechser bikereinheit das ist schon richtig gut ja gut kommen wir zu blitzer fire es ist auch in deiner schussphase eine speedfreak einheit dann bekommst du lethal hits und wenn du auf innerhalb von neun zoll dir lethal hits anmachst machst du das sogar schon auf fünf oder höher stark auf jeden fall dann findest vielleicht sogar ein bisschen besser als sustained hits ja man kann ja auf die eine das auf die andere das das geht schon klar genau ja dann full throttle für 1cp in der charge phase auch natürlich wieder für eine speedfreak einheit du kriegst für deine nahkampf attacken plus 1 auf den wound roll und ich muss sagen das ist für mich das stärkste strategy jump in diesem detachment plus 1 auf verwundung ist immer richtig gut weil es einfach für die bikereinheit gilt ne ja also einfach gerade weil du machst immer so viel auf 5 plus und da wird dann 4 plus drauf dann ist das schon eine ganz andere welt richtig so eine bikereinheit mit nahkampf waffen mit choppers im nahkampf im wag am meines wissens auch irgendwie so 4 attacken pro modell das ist schon mächtig ne ja total ja dann gibt es noch more gits over here your opponent's movement phase just after an enemy unit ends a normal advance of fallback move one speedfreak unit from your army with an nine of that enemy unit is not with an engagement rate your unit can make a normal move up to six inch das heißt der Gegner kommt zu dir dann kannst du dich noch mal 6 Zoll bewegen entweder raus oder rein je nachdem was am liebsten magst das dachte ich auch gerade übrigens bei dem letzten detachment das hatte ich verwechselt gehabt also wenn der der Custodes da so innerhalb von 9 Zoll rein so Emotec jetzt haben wir unsere Zeit gut genutzt wir haben 1 2 3 detachments die Hälfte haben wir schon gemacht das ist beachtlich ich finde sie alle bis jetzt schön auf jeden Fall sehr thematisch sehr schön du kannst wundervolle armeen da dir zusammenstellen die einzigartig sind auch also die Vielfalt lebt hätte ich gesagt keine der wenn man wirklich die Einheiten aufstellt die diese Detachment einem eigentlich vorgeben sozusagen komplett unterschiedliche armeen ja wobei das erste die war horde natürlich auch irgendwie alles so ein bisschen besser macht da ist eine bunte tüte ja da ist eine bunte tüte und eine bunte tüte mit aber mit als schöner strauß gebunden ja ihr hört schon raus Emotec ich kann da nicht an mich halten ich mag Orks ja Orks sind da Größen und da Besten oder was zu sagen ja dann danke ich euch fürs zuhören und bis zur nächsten Woche da geht es weiter mit den Orks wir gucken uns natürlich den Kodex richtig an und quetschen alles raus was geht und dir danke ich Emotec und ich danke dir natürlich ich danke auch natürlich unseren Kanal Mitgliedern auch denen die dann neu dazugekommen sind bis zum nächsten mal tschau Leute tschau tschau